Es ist vor zwei Tagen eine Umfrage veröffentlicht worden, dass in Deutschland 52 Prozent der deutschen Bürger die Situation, die wir gegenwärtig erleben, eher als Bedrohung und als Gefahr ansieht. Und könnte man sagen, das ist auch ein Bild über die Verfasstheit unserer eigenen Gesellschaft. Aber selbstverständlich ist es richtig, dass wir alle wissen, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Wir hoffen, geben deutliche Signale, ich komme darauf noch zurück, aber wir sind nicht sicher, dass nicht in zwölf Monaten wir feststellen müssen, dass ein Regime durch ein anderes autoritärisches Regime ersetzt wird. Die Zeit Mubarak ist vorbei, das weiß doch jeder. Aber es ist auch zu fragen, was ist der richtige Weg, was ist der richtige Rahmen, was ist der richtige Zeitplan. Und da sind wir nun wirklich nicht die richtigen Ratgeber für das ägyptische Volk. Und deshalb unterstützen wir die Bewegung, wir unterstützen die Freiheit, wir unterstützen die Demokratie. Aber wir sagen, ihr müsst selber den Weg finden, wie das entsprechend weitergehen kann. 100 Polizisten verletzt, 99 Personen festgenommen, Sachschaden in Millionenhöhe, über vier Stunden dauernder Einsatz, wahrscheinlich weitere Millionen, die kosten. Das ist die Bilanz des 2. Februar. Das ist keine Märchenstunde, das ist kein kater Kaffee, das ist Berlin. Worum ging es denn hier? Um eine Selbstverständlichkeit in einem Rechtsstaat. Es ging hier um den Schutz von Eigentum. In diesem Land wird Eigentum respektiert. Es wird nicht nur respektiert, es wird auch verteidigt. Eigentum ist nicht nur grundsätzlich vor staatlichen Zugriff gestützt, sondern eben auch vor unrechtmäßigen privaten Zugriff. Und wir Liberale, wir stehen dafür, dass wir natürlich den staatlichen Einfluss da, wo es möglich ist, zurücknehmen. Aber bei solchen Dingen muss man klar sagen, konsequentes Vorgehen. Es handelt sich hier eben nicht um den Fall der Versammlungsfreiheit oder Ähnliches. Die Berliner FDP zum Beispiel hat dazu richtigerweise Stellung bezogen. Zitat, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo mit Gewalt rechtswidrig in die Rechte Dritter eingegriffen wird. Ganz konkret treffen linke Gewalttaten einfache Menschen. Ladengeschäfte gehören keinen Superreichen. Einrichtungen, abgebrannte Autos treffen keine Superreichen. Sie treffen ganz normale Versicherungsnehmer. Gewalt gegen Polizisten bedeuten verletzte Familienväter, bedeuten bedrohte Töchter und Frauen. An dieser Stelle deshalb herzlichen Dank an die vielen, die ihren schweren Dienst tun, um den Rechtsstaat zu verteidigen. Die Polizisten, die Verwaltung, die Ordnungsbeamten, dafür unser Dank. Man fragt sich schon, was Menschen aus der linksextremen Szene eigentlich für eine Auffassung von einem gesellschaftlichen Zusammenleben haben. Leben auf Kosten anderer, nehmen, was ihnen nicht zusteht, zerstören, was ihnen in die Quere kommt und diese Straftaten am Ende noch politisch adeln. Ich hoffe, das gesamte Haus verurteilt solche Gewalttaten. Worum ging es im konkreten Fall? Um ein Kulturprojekt, um eine moderne Form des Lebens, ähnliches. Eine Berliner Zeitung fragte, warum eigentlich nochmal hätten wir alle uns gerade jetzt mit den Bewohnern der Liebigstraße 14 solidarisch erklären sollen. In welcher Hinsicht geht ihre Renitenz, ihr Kampf, ihr künstlerischer und kreativer Einsatz uns alle an? Welcher politische Wille verbindet sich mit diesem Projekt? Welche Vision einer Stadt steckt dahinter? Mit welcher Form von Kultur wollten die Bewohner dieses Hauses ihre Umgebung bereichern, herausfordern, beglücken? Man weiß es nicht. Auf alle diese Fragen haben die Bewohner der Liebigstraße 14 keine Antwort gegeben. Die FDP macht sich immer und jederzeit zum Anwalt der Vielfalt der Lebensentwürfe und der Lebensformen, auch alternativer Lebensentwürfe und Lebensformen. Aber nicht auf Kosten und nicht zu Lasten anderer. Ich kann Sie nicht ersparen, Herr Kollege Ströbele, dass ich es auch bemerkenswert finde, dass Sie lediglich dem Geld nachgetrauert haben, dass der Polizeieinsatz für die Räumung des Hauses gekostet hat. Sie fanden, ich erlaube mir zu zitieren, für diesen Preis hätte der Senat auch ein Haus kaufen und den Besetzern zur Verfügung stellen können. Das ist ein wörtliches Zitat. Ich will dazu zum Ersten anmerken, dass den Besetzern sogar ein Haus angeboten worden ist, nämlich in Pankow. Aber das ist als unzumutbar abgelehnt worden. Vielleicht war Ihnen das nicht zentral genug. Denn wenn man diesen Gedanken mal um die Ecke und zu Ende denkt, dann heißt das ja, dass wenn der Staat derartige Bürgerwünsche nicht erfüllt, dann ist der Staat doch eigentlich selber schuld, wenn er Kosten in die Hand nehmen muss, weil die Bürger ihr Recht selber in die Hand nehmen wollen. Hätte doch der Senat den Bewohnern ein Haus gekauft, dann wäre all das nicht passiert. Meine Damen und Herren, wer so argumentiert, der ermuntert letztlich auch andere, Sonderwünschen durch Gewalt auf der Straße Nachdruck zu verleihen. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Entfaltungsfreiheit zu tun. Das ist nur ein Vorwand, den Staat zu erpressen. Wenn du Ruhe haben willst, dann tu, was wir sagen. Das darf der Rechtsstaat nicht dulden, meine Damen und Herren.